Hallo und willkommen bei Funkelfaden. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Fotos so vorbereiten könnt, dass ihr sie ganz einfach plotten könnt. Auf Instagram hatte ich euch ein Bild gezeigt von einem T-Shirt, das meine Nachbarin mit einem Foto ihrer Familie gestaltet hat und daraufhin super viele Rückfragen bekommen, wie man dann ein Foto so vorbereiten kann. Im Grunde ist das super einfach und jeder von euch kann das so umsetzen. Ich zeige euch jetzt anhand von Cricut Design Space, wie ihr ein Foto so vorbereiten könnt, aber das geht sicher auch mit anderen Plotterprogrammen. Was wir dafür erstmal brauchen, ist ein Foto. Ich nutze jetzt hier einfach mal ein Selfie vom letzten Festival, also kein besonderes Foto. Solch ein Projekt könnt ihr mit fast allen Fotos umsetzen. Ein bisschen Kontrast sollte gegeben sein, also nicht zu dunkel aufgenommen, aber ansonsten funktioniert das eigentlich mit den meisten Fotos. Zudem braucht man ein Programm, um das Foto so zu gestalten, dass man es dann wirklich gut mit dem Plotter in einer Farbe schneiden kann. Ich nutze jetzt hierfür den Edding Generator. Es gibt sicher viele weitere Programme, aber dieses Programm ist super einfach und vor allem kostenlos und du kannst direkt vom Handy oder deinem Computer aus darauf zugreifen. Suche einfach mal bei Google Edding Generator. Edding, so geschrieben wie der Edding, den wir sicher alle kennen, denn das Programm ist auch von Edding und eigentlich dazu da, um Vorlagen zu gestalten. Man kann es aber halt auch wunderbar nutzen, um sich Bilder, also Fotos plotfähig zu machen. Klicke hier auf Browse und dann kannst du dein Foto hochladen und es dann umwandeln. Hier mit den beiden Reglern Kontrast und Weichzeichnen kannst du das Foto noch so einstellen, wie du es haben möchtest. Ignoriere einfach ein bisschen den Hintergrund mit dem Festival bei diesem Beispiel. Um den kümmern wir uns später noch. Stell das Foto erstmal so ein, dass man die Gesichter wirklich schön erkennen kann und du dir gut vorstellen kannst, dass das zu deinem Projekt passt. Wenn du dich dann für eine Art der Gestaltung entschieden hast, klicke auf Bild speichern. Das Foto wird nun auf deinem Computer oder deinem Handy gespeichert. Nun öffnen wir das Cricut Design Space und dabei den Arbeitsbereich. Wir klicken auf Hochladen und laden das Foto, das wir gerade umgewandelt haben, wieder hoch. Hier klicken wir auf Fortfahren und dann kommen wir in den Hintergrundentferner-Modus. Du kannst den Hintergrund entweder automatisch entfernen, wenn du das Abo hast, oder manuell. Wir entfernen jetzt mal manuell. Dafür nehmen wir zuerst den Zauberstab und entfernen den groben Hintergrund. Du siehst, jetzt ist alles so ein bisschen grau kariert im Hintergrund. So soll das auch sein. Dann können wir den Radierer nehmen und alles aus dem Hintergrund entfernen, was uns noch so nicht passt. In diesem Fall das Festival. Also einfach den Radiergummi wählen und die Größe so einstellen, dass du damit gut radieren kannst. Und dann einfach alles ausradieren, was dir nicht gefällt. Ich gehe da jetzt relativ grob bei vor. Am Rand ist es ja auch ganz gut, so ein bisschen Kontrast zu haben. Also am Rand der Personen. Dementsprechend also einfach nur die Elemente, die wir wirklich nicht haben wollen, ausradieren. Dann haben wir den Hintergrund jetzt nur manuell entfernt mit dem Zauberstab. Und sollten auf jeden Fall nochmal schauen, ob alles so entfernt ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wahrscheinlich nicht. Dafür wäre der automatische Hintergrundradierer auf jeden Fall besser. Hier oben auf Vorschau einzelner Ebenen sieht man, wie das Bild aussehen wird. Hier allein über der Oberlippe der Punkt, der geht natürlich überhaupt nicht. Der Rest ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber da müssen wir nochmal näher ran. Da wählen wir jetzt also nochmal den manuellen Hintergrundradierer und schauen uns die ganze Sache nochmal genauer an. Hier, ihr seht, über der Oberlippe ist auch weiß und nicht grau-weiß kariert. Also wurde hier nicht ausradiert. Hier klicken wir einfach rauf und gut ist. Und dann schauen wir uns das noch einmal an. Also wieder die Vorschau der einzelnen Ebenen aktivieren. und dann schauen, was noch ausradiert werden soll. Zum Beispiel hier vielleicht der Punkt am Auge. Und dann kannst du weiter über das Bild gehen und schauen, was du auch noch ausradieren willst. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt jedes kleine Detail bei der Jacke ausradieren oder beim Pullover. Das macht nur viel Arbeit dann beim Entgittern. Und schwarze Flächen schaden ja auch nicht. Das heißt, ich lasse jetzt hier zum Beispiel den Pullover und die Jacke einfach schwarz. Und suche nur nach kleineren Details. Aber das kannst du so machen, wie du möchtest. Denn es ist ja dein Bild. Hast du alles so eingestellt, wie es dir gefällt, dann gehst du einfach auf Anwenden und Fortfahren und kommst dann in diesen Bereich. Es ist jetzt ganz neu möglich, im Cricut Design Space auch Fotos hochzuladen mit mehreren Farben und die sind unterschiedliche Ebenen zu zerlegen. Das ist aber ein komplexeres Projekt und für so ein Motiv mit Fotos jetzt auch nicht so ganz einfach umsetzbar. Deswegen wählen wir einfach hier in der Mitte eine Ebene und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Unser Foto ist plottfähig und so wie es ist, könntest du es jetzt aus Bügelfolie oder auch Vinylfolie ausschneiden und auf ein T-Shirt bügeln oder irgendwo raufkleben. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen und du weißt jetzt, wie du deine eigenen Fotos plottfähig machen kannst. Es ist wirklich super einfach. Probier das einfach mal mit dem Edding Generator aus. Ich habe in der letzten Zeit so super viele Projekte gestaltet. T-Shirts zum Vatertag oder auch zum Geburtstag und ich denke, du hast auch mega viele Ideen, wofür du diese Technik umsetzen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir einen Kommentar mit deinen Projektideen hinterlässt oder natürlich auch mit Fragen, wenn es zur Umsetzung dieser Technik weitere Fragen gibt. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du dem Kanal folgst, ein Like hinterlässt und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!